Carina Testa ist eine französische Schauspielerin, Leben. Carina Testa, Tochter einer spanischen Mutter und eines italienischen Vaters, hatte ihre ersten Auftritte 2001 und 2002 in der französischen Serie Saint-Tropez danach 2004 in dem spanischen Film Entre Vivi Y Sona und in der französischen Miniserie Les Miros Adelos. Ihre erste Hauptrolle spielte sie 2007 in dem Horrorfilm Frontier. Kennst du deine Schmerzgrenze? Von Xavier Geens Im selben Jahr trat sie am Theater Mouffetat in Paris in der Komödie La Guerre von Carlo Goldoni auf. Für ihre Rolle der Laila Schausch in dem 2009 ausgestrahlten Fernsehfilm Tous Franz wurde sie beim Festival de la Fiction TV in La Rochelle als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. In der Fernsehserie Odysseus spielte sie 2013 die Rolle der Klee, Filmografie, 2004, Searching for Love, 2005, ZT Film, 2005, Il Eteit Une Foy Stans Lauit, 2005, Rules Room, 2007, Frontier, Kennst du deine Schmerzgrenze? 2007, Paris by Night of the Living Dead, 2008, Puppen und Engel, 2008, La Difference EQSRPAS Parail, 2009, Shadow in der Gewalt des Bösen, 2011, Le Chateau Rabin, 2011, Die Tusch mit Karacho nach Monaco, 2011, Switch ein mörderischer Tausch, 2012, El Outre Sang, Fernsehen, 2001, Saint-Tropez, Folge 179, Liebesbekenntnisse, 2002, Saint-Tropez, Folge 215, Auf zu neuen Ufern, 2004, Le Miro Adelo, 2006, Boulevard du Palais, Folge Ritues Barbares, 2008, Thames Mord, 2009, Dues France, 2010, April Mui, 2012, Kabul Kitchen, 2013, Odysseus, Theater, 2007, Lager von Carlo Goldoni, Theater Moufeta, Paris.